Hallo liebe Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Ja, wir machen jetzt die Mission Proviant Kontrolle, finde den gestohlenen Proviant und die Schuldigen. Und ja, wir gehen jetzt hier in diese Höhle rein. Ich habe mir eben mal noch ein paar neue Pfeile hergestellt. Ich habe nämlich nochmal mich ein wenig umgeschaut, wo das geht und wie das geht. Und ja, man muss einfach nur hier drauf gehen und dann kann man hier neue Pfeile herstellen. Das wussten wir ja in der vergangenen Folge nicht. Und wir schauen jetzt auch mal noch ganz kurz hier, was unsere Ausrüstung so betrifft. Ob es hier vielleicht etwas Besseres gibt als das momentane Zeug, das wir hier so haben. Und schutztechnisch gibt es hier auf jeden Fall besseres Zeug. Aber das Problem ist, da gibt es leider keine Bonis wie hier. Kriegerschaden, 5% mehr und 5% mehr kritischer Schaden. Deswegen müssen wir da mal schauen. So, was haben wir hier? Ja, hier haben wir diese Armschiene. Die haben ja wir von diesem einem, wie nennen wir die hier? Kopfgeldjäger. Haben wir die ja. So, das wäre auch ganz gut. Ich würde sagen, das nehmen wir mal. So. Was haben wir hier so? Auch etwas viel Höheres. Das ist ganz gut, aber unseres ist leider noch besser. Aber hier ist halt der Attentatsschaden. Schwere Keule haben wir eh nicht. Ja, hm. Okay, dann zerlegen wir das. Auch wenn mich das ein bisschen verletzt. Innerlich, so dieses wunderschöne Lidern Ding zu zerlegen. Aber es bringt uns halt nicht viel. So. Nun geht es richtig weiter hier. Kümmere dich um Zivilisten. Ist das ein privates Treffen? Oder kann jeder mitmachen? Was? Was willst du? Bitte. Bitte, geh einfach. Ihr seht nicht wie Mörder aus. War das der Fehler der Spatiab? Was? Warte. Nein, bitte. Du verstehst nicht. Was gibt es da zu verstehen? Mir scheint das eindeutig. Bitte. Lass es mich erklären. Ihr sagt mir lieber, warum ich euch nicht einfach töten, noch die Waren zurückbringen sollte. Bitte. Ich sag dir alles, was du wissen willst. Erklärt euch. Spatiaten sollte man nicht verärgern. Bitte. Wir sind keine Diebe. Das ist unser Essen. Unser Getreide. Sie haben es uns weggenommen. Alles. Unsere Kinder verhungern. Ihr zahlt Diebstahl mit Mordheim. Eine schöne Lektion für eure Kinder. Mord. Nein. Bitte. Wir haben doch niemandem etwas getan. Ein Söldner sagte uns, wo das Essen zu finden sei. Da waren schon alle tot. Ihr seid die erbärmlichsten Diebe, die ich je gesehen habe. Bei den Göttern. Nein. Wir sind Bürger von Megara. Bitte. Habt Gnade. Dieser Krieg hat uns doch bereits schon so schwer getroffen. Wie die Gnade, die ihr mit den Spatiaten hattet? Ich... Wir... Wir nahmen nur etwas Essen. Hyrkanos sagte, wir sollen es nehmen. Er sagte, er würde uns helfen. Hyrkanos? Ja. Der Söldner. Er sagte, er würde uns mit Nahrung versorgen. Er sagte, Athena ließen ihr Volk nie hungern. Genug. Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Die Zeit der Worte ist vorbei. Ich bin hier die Schuldigen, dieses Verbrechens gegen Sparta zu finden. Es gibt nur eine gerechte Strafe für euer Verbrechen. Aber die Lebensmittel gehören uns. Entweder sterben wir hier durch deine Hand. Oder wir verhungern später. Wenn ich sterben muss, dann will ich wenigstens kämpfen. Okay, dann probiert das mal. Ja. Oh man, irgendwie tun mir halt schon die Leute hier leid. Ich kann euch doch verstehen, dass ihr nur Hunger hattet. Aber ich will mit meinem Vater reden. Und dafür muss ich die Schuldigen erledigen. Das hätten wir. Letzten Endes war es vielleicht doch etwas eine schlechte Entscheidung hier, die ganzen Leute niederzustrecken. Aber ich will halt auch, dass wir unseren Vater wiedersehen. Egal wie das Treffen ausgeht. Sagen wir es mal so. Weil ich denke mal, der wird schon etwas komisch reagieren. Weil er dachte, ja, wir wären tot. So, wir sollen uns bei Dolios melden. Das tun wir jetzt auch einfach mal. Die armen Leute. Vor allem halt, auch weil die halt Kinder hatten. Jetzt müssen die Kinder ohne Eltern aufwachsen. Und sowas ist natürlich nie egal. Grab des Terrois. Okay, hier gibt es einen Schatz. Wo ist denn der? Hier, oder? Nein. Hier schauen wir uns mal eben kurz um. Das Areal ist doch eigentlich gar nicht so groß. Gibt es hier vielleicht so eine Art Eingang in eine Höhle oder so? Hier. So, den Schatz haben wir. Geh mit dir, mein Kleiner. Und jetzt heißt es zurück. Okay, mit dem müssen wir reden. Der Action. Na, was geht? Hast du die Verantwortlichen gefunden? Ich hab die Vorräte bei einem Haufen Hungernder aus Megara gefunden. Und? Sie machen kein Ärger mehr. Das sind gute Neuigkeiten. Bald haben wir Megara gesichert und drängen die Athener zurück. Hungrige Einheimische sind ein geringstes Problem. Es gibt noch etwas anderes. Hast du von dem Söldner Hyrkanos gehört? Hyrkanos? Ja, er steht auf Seiten der Athener, den Gerüchten zufolge. Es war alles sein Werk. Diese Söldner sind hartnäckig. Das muss ich ihnen lassen. Gute Arbeit. Aber wenn du Sparta wirklich helfen willst, hab ich einen Auftrag für dich. Und was schwebt dir vor? Spür ihn auf. Zeig ihm, dass kein Söldnerhund Spartas Plänen im Wege stehen darf. Wenn du so eine schlechte Meinung von Söldnern hast, warum schickst du dann mich? Tut mir leid, aber dieser Mann Hyrkanos ist ein Stachel in unserem Fleisch. Eine Gefahr für alle Spartiaten hier. Bitte, wirst du uns helfen? Ja, werde ich. Das werde ich, wenn er so viel Ärger macht. Ich nehme an, es gibt eine ordentliche Belohnung. Natürlich. Überlege nur, wie viel er bei sich haben muss bei all dem Geld, das die Athener ihm bisher schon bezahlt haben. Ich schätze, du hast recht. Hast du eine Idee, wo ich ihn suchen soll? Er könnte überall sein. Vermutlich hat er sich in der Nähe der Athener eingenistet. Wir haben Patrouillen entsandt, doch sie kamen nie zurück. Und wir können zur Zeit keine Männer entbehren. Zu deinem Glück bin ich nicht irgendein Mann. Ja, so und dann, ich bin der Sohn eures Anführers. Was euer Anführer bloß, ich weiß. So. Jagd auf Jokanos. Du kannst das Söldner-Menü nutzen. Okay. Das müssen wir dafür nehmen. So, dann schauen wir mal. Ah, hier ist er. Stufe 9. Halt, was hat man denn hier? Hörer. Ah, okay. Hier sind Schwachen. Schwachen, ja. Schwächen und Stärken von dem. Okay, interessant. Nützlich ist das auf jeden Fall. So. Aber die Sache ist die, wie kommen wir zu ihm hin? Steht da vielleicht irgendwie was da? Hier, verfolgen. Stufe 9. Wir sind 7. Das ist das einzigste Problem. Ich glaube, wir müssten erst mal eigentlich noch ein paar Nebenmissionen machen oder so. Wir könnten es natürlich trotzdem mal probieren. Falls wir es aber nicht schaffen, dann erst mal ein paar Aufträge und so machen, damit wir halt höher kommen vom Level. Das muss für Kano's Lager sein. Erst mal hier ein paar Männer von ihm ausschalten. Nicht, dass wir mit denen dann gleich Probleme haben. Oh, hallo. Mir geht's euch. Der Dreck ist auf jeden Fall nicht schlecht. Den haben wir uns ja geholt in der vergangenen Folge. Nein, dahinten kommt da hier Kano's. Halt hier das Feuer. Wenn wir irgendwie Brandpfeile hinkriegen würden, können wir ihm mehr Schaden zufügen. Weil das ja seine Schwachstelle ist, was wir ja eben gelesen hatten. Oh, hallo. Wow. Komm. Jawoll. Sehr gut. Wir haben ihm schon mal Gutschaden zugefügt. Jetzt wieder ein bisschen anzündeln hier. Den Feinen her. So. Na los. Nur zu. Ich kann dich immer weiter hier in Brand stecken. Jawoll, er brennt jetzt richtig. So. Immer alles schön draufhauen auf ihn. Ja. Wäre bloß nicht unsere Gesundheit. So niedrig. Das ist das einzige Problem hier bei dem. Der teilt halt sehr gut aus. Am besten wäre es irgendwie, wenn wir ein Schwert hätten, was Feuerschaden zufügt. Erstmal etwas wegrennen hier. Jetzt erst mal dich wegkicken. Zack. Unsere Gesundheit ist halt leider nur sehr niedrig. weg. Nein. Komm. Jawoll. Ja. Vielleicht sollte ich mehr Sölner zur Strecke bringen. Sehr schön. Das war intensiv jetzt zum Schluss hier. Wir haben es aber immerhin geschafft. Ja. War doch eine nette Herausforderung hier. Wir Level 7. Er Level 9. also auf jeden Fall gute Leistung war das jetzt hier von uns. Und die Athena sind geschwächt. Sehr gut. Wir kommen unserem Ziel langsam näher. Aber immer mehr Kopfkettjäger machen. Auch Jagd nach uns. Das ist natürlich nicht so gut. So. Mal sehen, ob der jetzt noch eine Aufgabe hat. Halt. Da wird angegriffen. Aua. Da hinten auch. Warum werden die denn hier angegriffen? So. Super. Nichts dafür bekommen. Doch. 1900 EP. Von daher hat es sich doch gelohnt. So. Und da wir sie jetzt geschwächt haben. Was haben wir denn hier? Eine Hauptquest haben wir momentan nicht so wie es aussieht. Doch. Das hier. Äh. Äh. Haben wir hier vielleicht noch irgendwie so ein Gebiet, was wir einnehmen könnten. Ich würde sagen, wir gehen vielleicht einfach mal in die Stadt dort hinten. Und schauen, was es dort so gibt. Und schauen, was es dort so gibt. Wir können dort ja auch was synchronisieren. Das würde ich auch gerne machen wollen. Ich denke mal, das könnte ganz gut sein. Hilfe. Oh. 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 Ich liebe dich. Oh. Heiliterkeit. Oh. dann werden wir das einfach mal noch so ein bisschen mehr sagt dann sinkt nämlich ihre stärke immer mehr so haben wir vielleicht noch welche oben auf der mauer will ich mir ganz gut vorstellen ach die gute mauer ist aber ein hübscher weg mit ihr diesen kill finde ich richtig geil von der animation her wie er soll immer langsam das finde ich sieht richtig mächtig aus tja wie ich halt auch ich bin halt einfach ein mächtiger gut so das auch noch mal einer haus des anführers ok ja das machen wir doch mal hier das ganze lager hier kriegsvorräte verbrennen befehlshaber ausschalten hallo ist hier jemand ne das reicht mir zu den vorräten benutze eine fackel kann ich nicht ausrüsten weil hier gegner noch sind das könnte ich mir ganz gut vorstellen weg mit dir ich hatte dass wir das nicht einfach zu schlagen können wir können aber auch jede menge zeug stehlen das tun wir natürlich auch aber was haben wir denn hier weiches leder 20 mal ja das ist doch eine ordentliche sommer würde ich meinen so hier geht es nach oben hallo sind wir wachen ja hier zum beispiel tag schon neue gravur freigeschaltet gift schaden gift schaden interessant sehr gut stufe 8 ein seltener handschuhe ich könnte mir ganz gut vorstellen dass der anführer vielleicht hier oben irgendwo noch mit hängt oh eine schicke badewanne kann ich nicht hier rein ich bräuchte langsam mal wieder ein bad ich schnüffel langsam aber natürlich ja unser guter alexius will das ja nicht da kann ich in die badewanne er will lieber ein stinktier sein Die Einstellung hatte ich früher auch immer. Bis ich dann ein Herz für Ladies entwickelt habe. So, hier unten haben wir noch einen Auftrag. Den könnten wir direkt mal noch annehmen. Oh, wenn man da schon mal von den Ladies spricht. Ach so, ihr seid gar keine Ladies. Ups, ihr seid nur Männer mit Bart. Das wusste ich nicht. Sowas kann man schnell verwechseln. Kann ich hier alle Aufträge annehmen? Ja, kann ich. Okay. Ja, das sind einige Quests, die wir jetzt angenommen haben. Das steht schon mal fest. So. Schlaf schön. Der Typ brennt aber auch echt schön. Muss man ja ihm lassen. Okay, das ist der Anführer. Na los, mein Lieber. Komm her. Ja, ist schön, wenn du mich siehst. Das bringt dir aber leider nichts dafür. So, dein Schild ist auch erstmal weg, mein Lieber. Du willst es genießen, mich zu töten. Dann mach was. Mach was. Mach was. Ich muss aber echt sagen, ich liebe es irgendwie, die Leute einfach so wunderschön wegzumetzeln. Irgendwie macht das Spaß. Wir wissen, wir müssen blündern hier noch etwas. Und da wir hier was verbrennen sollen, geht das vielleicht auch mit dem Feuerfall? Okay. Ups. Ähm, der brennt nicht mehr. So. Zack. Na los, brennen. Kurz hier rein dapseln. Okay, das funktioniert. Das werden die Athener nicht mögen. Na ja, das werden die wirklich nicht mögen. So. Hier ist die heilige Badewanne. Für Stinktiere. Ach, die guten Stinktiere. Wir lieben sie doch letzten Endes alle. Oder nicht? Und letzten Endes wollen ja eh alle Stinktiere nicht in die Badewanne. Was ich schade finde. Ich würde gerne mal eins schrubben. Schön sauber machen hinter den kleinen schmutzigen Ohren und so. Das ist ja schön. Das wäre mein Lebenstraum. Und das Gebäude ist doch gar nicht so groß, oder? Zählt das noch mit hier unten dazu? Ja, das gehört alles noch hier mit dazu. So. Ich dachte gerade eben, hier liegt jemand. Ich merke schon, ich werde schon paranoid hier. Die Sache ist halt, weil das so eine große Stadt ist, weiß man hier nicht, was gehört dann alles zu dem und dem Gebiet mit dazu. Das hier gehört auch immer noch mit dazu. Hallo. Ihr könntet Freiheit leben. Und hier ist jemand gestorben. Die arme Person. Die tut einem echt leid. Dann müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was verbrennen. Ah, hier spricht doch jemand. Ich glaube, hier sind sogar noch Gegner. Oder? Nein. Hier endet der Bezirk auf jeden Fall. Es sieht halt auch irgendwie alles hier etwas verwirrend aus, so von der Region her. Ich muss halt hier erst mal auch die Gegend etwas mehr kennenlernen. Irgendwo wird es ja hier auch mit einem anderen Schatz geben. Wenn wir das Gebäude uns hier so anschauen. Das ist eigentlich nicht so groß. Und deswegen könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, dass der zweite Schatz irgendwo draußen falsch ist. Halte ich für sehr möglich. Das war die Kiste, die wir eben geplündert hatten. Die Fackel können wir leider nicht ausrüsten. Hier geht es nochmal nach oben. Halt, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Ja. Sehr schön. Damit liege ich auch richtig. Okay, das war jetzt etwas anders geplant hier. Rennen! Okay, ich hole mal eben einen Feuerpfeil. Ich finde es sehr schade, dass man das nicht einfach hier zerschlagen kann. Was macht das alles etwas schwierig? Irgendwie die Fackel kann ich nicht nehmen. Ich weiß auch leider nicht, woran das liegt. Muss ich da vielleicht etwas erlernen? Oder wir schauen mal ganz kurz in unser Inventar. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass wir da was machen müssen. Hier hinten vielleicht diesen anderen Slot brauchen wir wahrscheinlich. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. So. Dann muss ich mir jetzt mal hier den Weg merken. Damit wir halt dann bloß wieder dort hochfinden. Dann gehen wir mit dem Schmuck. Ich meine, wer macht das heutzutage nicht? Nicht so wehrlos. Diese Quest ist nicht mehr verfügbar. Das war eine Best-of-Zeit. Aber die hatten wir ja eben angenommen. Weil ich einfach mal alles annehmen wollte. So. Ganz fix mal nach oben hier rennen. Und irgendwie sieht das schön aus, mit so einem Feuerpfeil so spazieren zu gehen. Irgendwie hat das was. So laufe ich ja wirklich immer bei mir durch die Stadt. Macht wirklich auch sehr viel Spaß. So. Gut EP haben wir jetzt wieder bekommen. Und jetzt brauchen wir nur noch einmal so einen Haufen hier an Kriegsvorräten. Den wir verbrennen müssen. Jetzt hatte ich eigentlich nur zwei gesehen. Wo könnte dann wohl noch ein dritter hier sein? In dieser einen Ecke, wo wir unten waren? Da vielleicht? Wir laufen noch mal durch das untere Gebiet. Hallo? Vorräte? Ah, das sind die Vorräte. So. Gut. Jetzt bräuchten wir eigentlich nur den Schatz. Mein Schatz. Aber die Sache ist die... Wo ist der Schatz? Ja, hier ist der. Ich glaube, das ist mein Problem. Ab und zu mit den ganzen Schätzen. Ich denke immer, es ist eine große Kiste. Ja. Und da hinten kommt eine wunderschöne Dame. Wir müssen gleich mal der ewige Werksteller hier nachforschen. Aua, ey. Leute, alte... Mistkröte. Mistkröte. Schnell nachschauen. Schnell nachschauen. Seltener. Hallo. Lade doch bitte. Okay. Warum stehen wir dort hinten? Ach du Schreck. Hier geht die Liste noch weiter. Ah, Doni, die Wohlhabende. Das ist das, glaube ich. So. Okay. Gut. Schwachstelle kennen wir jetzt. Wir müssen bloß in den Nahkampf gut kommen hier. Die Alte probiert bloß hier, das mal hier auszuweichen. Ja, aber das wird sie nicht immer hinkriegen. Oder doch? Aua. Du blöde. Kröte. So. Wisst ihr, ich glaube, die macht uns fertig. Das Problem ist halt der Levelunterschied. Ich werde niemals Frieden finden. Geh du. Nicht tot bist. Nein. Ach, schade, ey. Aber immerhin haben wir den Posten dort geschafft. Da ist halt das Level. Das ist ein bisschen das Problem. Wir müssten irgendwie das höher kriegen. Das Problem ist, Nebenmissionen bringen halt leider auch nicht so viel Erfahrungspunkte an. Da müssten wir einfach mal schauen, wie wir das Level irgendwie immer gleich halten, wie wir das Level irgendwie immer gleich halten, fast. Wie auch die Gegner sind. Weil ich will gar nicht wissen, was so die Levelgrenze hier ist in dem Spiel. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, 40 oder 50. Ich glaube, in Oddi sehen wir uns 40 Stufen. Also Levels, die du aufsteigen konntest. Kann auch sein, dass ich mich da gerade täusche, was das angeht. Ja. Jetzt noch mal dort hinter. So. Gut, es ist wenigstens hier diese Kopfgeldjägerin. Nicht da. Halt, was bist du denn? Achso, ein Hund. Ich dachte gerade hier hinten wären Flügel drauf. Ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen. Was ist das denn hier für ein Ding? Aber nein. Stattdessen ist es nur ein normaler Hund, der seinen Schwanz nach oben hat. Tja, das Gefühl kenne ich nicht. Wenn ich das hätte, würde ich auch denken, mit Flügel, Mann. So. Jetzt haben wir hier schön erstmal alles synchronisiert. Kopfgeldjäger in der Nähe. Das finde ich natürlich jetzt nicht so gut. Halt, was ist denn mit dir? Anscheinend eine Nebenmission. Mal sehen. Du da. Du bist eine gute Seele. Bezahlst du einem alten Mann seine nächste Mahlzeit? Du und ich, wir haben etwas gemeinsam. Wir haben beide keine Drachmen. Deine Gesellschaft ist Geschenk genug. Doch ich kenne deinen Namen nicht. Wie nennt man dich, Fremder? Ich bin Alexios. Und du? Nur ein einfacher Bettler. Ich kam aus Persien, um die Schönheit der griechischen Welt zu sehen. Ich kann vieles tun, Perser. Aber ich kann kein Augenlicht schenken. Das würde ich auch nicht wollen. Meine Blindheit ist eine Bürde, die die Götter mir auferlegten. Und ich trage sie. Was dann? Sei meine Augen. Als ich jung war, erzählte mir ein Athener die schönsten Geschichten über dein Land. Ich würde sie gerne noch einmal hören. Würdest du dir die Orte ansehen, die ich nicht sehen konnte, und dann zurückkehren, um mir von deinen Abenteuern zu erzählen? Ich bin kein guter Geschichtenerzähler, aber ich kann dir beschreiben. Ich wusste, ich habe Güte in dir gespürt. Du hast diesen alten... Danke mir noch nicht. Welche Orte hättest du denn gerne gesehen? Ah, meine Lieblingsgeschichten waren die von Agro-Korinth. Den Staat von Zeus und Athena. Dem Sitz des gepanzerten Vogels in Arkadien. Und natürlich das mysteriöse Taigethos-Gebirge. Ich werde mit Geschichten zurückkommen. Sobald du einen Ort gesehen hast, komm bitte zurück. Hast du ein paar Drachen? Dieser Papyrus ist zu alt. Könnte Timistocles das geschrieben haben? Okay. Also der Mann kam mir gerade mysteriös vor, ehrlich gesagt. Irgendwie glaube ich nicht, dass der arm ist. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass der irgendwas wertvolles als Belohnung hat für uns. Das sagt mir einfach mein Gefühl. Kann auch sein, dass ich mich da irre. Und jetzt dreh dich weg. Ja, wenn ich das hinkriegen würde. Oh, sehr gut. Das ist auf jeden Fall ganz nützlich, die so zu entwaffnen. Aber ich glaube, für den späteren Verlauf ist es nicht so praktisch. Ich glaube, da wären andere Sachen wesentlich besser. Das ist einfach mal so meine Vermutung. So, die sollen das mal bei uns folgen. Komm schon. Nein. So, ich bin bereit. Zack, weg mit dir. Jetzt weg mit dir. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh, jetzt ist er da. Oder? Ja, so gut wie. Aber welchen Level ist denn der? Das konnte ich jetzt leider nicht sehen. Level 7. Okay, und wir sind Level 8. Wann sollten wir den hinkriegen? Na los. Komm her. Boah. What? Was war das denn für eine Bombe hier? Das war heftig. Wie viel Schaden hat das denn gemacht? Das will ich auch haben? Ey, das war heftig. Einfach push. Und dann fackelt es uns dort einfach weg. Also, damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Vor allem, dass halt sowas uns dann auch noch instant wirklich weg macht. Einfach direkt. Puff. Weg. Krass. War das eine Art Molotow-Cocktail wohl? War es in einer Mittelalter-Version? Na gut. Mittelalter kann man ja eigentlich nicht so richtig hier zu sagen. Oder? Nein, ich glaube eher nicht. Also, das möchte ich auch haben, falls das irgendwie geht, dass wir auch an sowas rankommen. Dafür müssten wir halt auch erstmal wissen, was das war. Ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt noch den Typen dort looten können, den wir erledigt haben. Hoffen wir mal. Na los, weg mit dir. Lass mal entwaffnen den Typen hier. Bis das geht nicht. Das hat ein größeres Schild als die anderen. So, jawohl. Bei dem sind langsame Attacken auf jeden Fall ganz gut. Ähm, ich meine natürlich schnelle. So. Zack. Und wer ist dieser Kopfgeldjäger jetzt gebunden? Ohohohoho, ein Level 10er. Nein, nein. Nein, ich will nicht mit dir reden. Ach, nein. Das ist der feine alte Herr von mir gerade eben. So. Sorry, ich wollte nicht mit dir reden. Okay, danke für die Belohnung. Sieh an, du hast doch doch Geld. Nun gut, Leute. Da würde ich sagen, machen wir jetzt hier an der Stelle Schluss wieder mit der Folge. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann um das letzte Büschen, was ja noch fehlt. Um das alles nach unten zu kriegen. Alles ist ja hier schon geschwächt jetzt. Und sollten wir das in der nächsten Folge eigentlich hinkriegen, dass wir dann auch unseren Vater treffen. Da würde ich sagen, dass gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Und ja, das war's. Haut rein. Tschüss.